Warnecke sprintet so schnell er kann neben dem Boot her. Das Boot fährt nicht vorwärts, es steht nur auf der Stelle und hält seine Position. Aber selbst der Weltmeister hat auf Dauer keine Chance. Nach 45 Sekunden verlassen ihn die Kräfte. Kein Mensch der Welt kommt gegen diese Strömung an.